hallo und herzlich willkommen zurück bei der zurück mit mr nemesis und hellfire sagt hallo die herren hallo gut dann starten wir das spiel moment ja jetzt 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 läuft auch von mir ein hallo bei mir hat jetzt ein hänger gehabt gut ich bin auch da starten wir ja los 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 alles klar betritt lieber der leidmacher so muss das sein du drückst spiel suchen bist du drin mit deinen buddies zusammen direkt du musst das negatoren jagt genau schneidet euch mal eine scheibe davon ab bitte gar nicht schlecht und das spiel was ist das spiel zwei drei jahre alt megadolonjagd das wird schwierig wenn sei oder wie du auch immer heißt bestätige bitte heute doch im spiel müssen wir nur 30 sekunden warten das sind 40 sekunden zu viel ja du zählst doch kein content runter also gut seid ihr bereit megadolon zu werden 4 3 ja jetzt muss nein wer hat mir das geklaut diebe ist schon wer der hai ah ne ist noch ein bot ok oh nein ich komme nicht raus ja ich bin daheim gut aber die frage ist für wie lange ich habe es nicht okay der hau ab hier ich habe es nicht mehr schätze mehr schätze mehr schätze mehr das ist ich habe es nicht mehr schätze mehr schätze mehr schätze mehr schätze mehr und ich bin mir so viel hoch weil ich zu viel am rad geprägt haben ohne wenn sie verbindung ist abgebrochen wir haben seine verbindung ja der der einen halben tag gewartet hat bisher da braucht doch keiner nee ah megavondon gut glaubt er wirklich er kann mich einfach so fressen ich denke ja ja dann hat er falsch gedacht vielleicht nur so aus das wäre ja gut ja verdammt antaraptor nice kill nice kill gut jetzt gibt es megatolonjagd wurde gerade gesnackt ja ja nein du blöde ferner ja kommt von der scheiße an von der seite an gescheitert von der scheiße angeseitet ja ja Boah, du warte, nimm es euch bis jetzt, ein Megalodon. Wie lange herfache ich. Megalodon. Ab was zum Teufel schießt hier. Jetzt aber hier, verdammte Kacke. Nein, nein, das lass ich nicht, das lass ich doch zu. Boah, bist du schon weg? Ja. Lass mich in Ruhe, ja. Double kill. Glaubst du? Oh, nee. Phantom Raptor ist dran. Oh, nee, der ist. Nein. Man fängt bei den Waffen wieder. Ja, der hat die Punkte gemacht. Ach ja, der hat die Puppen. Ey, ich war gar nicht so schlecht. Ich war gar nicht so schlecht. Okay, gut. Eins, eins. Eins, eins. Ich war gar nicht so schlecht. L, zwei, eins. Ich hab wenigstens so vier, zwei geholt. L, zwei. Ja, ja, ja. Los, 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 los. Ich kann's nicht drauf genug sagen. Liebe Dead by Daylight Macher, seht ihr das? Und das Spiel ist alt. Vielleicht genau deswegen. Alte Spiele waren noch richtige Spiele, meinst du, oder was? Bei alten Spielen hatte man genug Zeit, die Verbesserungen zu machen. Ethisch Kinn-Code? Nein, Kinn-Code. Kleiner Code. Blut und Gold. Und der Namor ist auch wieder vorbei. Oh. Er hat ja gerade die Meldung hier oben, dass er auch das Spiel spielt. Also, ja, bei der nächsten Runde kann er wieder dabei sein. Alles klar. Der Kinn-Code ist ein Haier. Ich bin bereit. Ich bin bereit, auch. Okay, der Russe und der Kode sind die Haie. Genau. Und wir sind... Taucher. Genau. Komm, Dima. Drei. Drei. Eins. Tauchstation. Hallo, Renel. Hallo. Hallo, Hellfire. Ich seh dich da hinten. Hellfire. Und hier haben wir... Dima-Schick. Der Dima. Wasik. Ist jetzt das? Verstecken. Nein. Blut und Gold. Ah, okay. Gold und Blut. Ha, erster. Nein, zweiter. Ja, du bist der erster, der stirbt. Ey, aber ich hab den ersten Hai gekippt. Wie flinke ist der denn? Weiß nicht. Das gefällt mir nicht. Nein, kommt der andere Hai angescheistert hier. Okay, wo... Wo ist der andere? Er hat mich gefressen. Gott sei Dank. Überlebt. Gold. Ich sehe aus wie ein Schaschläck-Spieß, aber ich hab überlebt. Achtung! Ei! Verdammt. Die konnte gerade so noch entkommen. Ich leider nicht. Okay, die haben einen Affenzahn drauf. Oh, ah, ich hab den, ah, ich hab den. Oh, okay. Bischfutter. Jetzt hab ich mal ein bisschen Geld hier. Jetzt kann ich mal leisten. Ich hab den, ich hab den. Ah, verdammt. Der Russe hat mich gekillt. Ja, klar. Die Russen sind da. Die hat gar... Die Russen. Die Russen sind da. Boah, nicht immer hier drin, aber hier. Stirb, stirb, stirb. Mal Apferka. Okay, eben. Oh, hi. Hi. Wir sind verdammt schneller. Ich glaube, die haben den Perk doppelt so schnell. Das macht sie noch schneller. Unmöglich. Unmöglich. Verdammt. Los, tötet die Schweine. Ich seh ihn nicht. Ah, jetzt seh ich ihn. Und ich will ihn nicht sehen. Dezimieren unsere Leben. Verdammt. Die sind fix. Ja. Gleich zu fix für Haie. Haie können gar nicht so schnell sein. Boah, das sah jetzt aber geil aus, wie der um die Ecke geschossen kam. Habe ich jetzt, habe ich... Ne, habe ich nicht. Okay, fünf. Okay. Wow. Okay. Okay. Es ist... Nein! Wir warten nun darauf, dass ich mal nicht nach oben gucke. Dann kommt der angestinkte Tier. Oh. Okay. Irgendwo ist ein Hai. Nein, ich hätte mehr. Ja, ich kann das Gold noch abliefern. Nein, verdammt. Keine Munition mehr. War gut. Nein! Dann kriegt er mich doch noch. Verdammter Penner! Stirb! Okay, verdammt. Ih, eine Haifflosse. Hint uns! Hint uns! Okay. Oh oh. Puh! Wer von euch hat hier die Langminen hingepackt? Hehehe. Egal wer, ist gut. Oh, unheimlich. Schade. Nein! Ja! Und frisst meinen Stahl, du Schwäen. Du Schwäen. Du Schwäen. Ja, wir schaffen das. Wir, wir... Verdammt. Wir haben nur noch fünf Überlebungen. Ein, drei. Ja, ja, drei. Nein! Zwei! Was Leute, ich geh mich jetzt einfach... Ja, versteck dich. Nein! Das bringt auch nichts. Scheiße. Boah. Drei... Drei Ticket haben wir. Verdammt, verdammt, verdammt. One Ticket for one. Nein! Scheiße, motherfucker! Boah, die waren aber heftig. Es ist... Überaus heftig. Demesis? Ja? Die sind vor dir. Genau da. Da war gerade einer. Da! Da, 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 da! Er lachtet immer wieder. Abin! Pass auf! Der Hai bei dir! Hier, ich hab'n Mediket! Ich hab'n Mediket! Ich hab'n Mediket! Ich hab'n Mediket! Äh, ich weiß nicht! Nein! Sie zerstören! Stevie! Stevie, wohin' da! Stevie, wohin' da! Stevie, wohin' da, bruh! Ich werd'n! Ich werd'n! Komm! Ich weiß nicht, wie ich auf's Mediket... Ah, hier! Ich werf' Mediket hier unten ran! Weißegal! Scheißegal! Ich referier'n jetzt, Steve! Kommen wir irgendwo her! Gott! Von vorne! Nein! 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 Okay! Nur noch... Hellfire! Und Stevie! Aber, ey, ey! 11.000 Punkte, ja! Also, ich hab' gekämpft! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Es war nicht so gut wie die Haie, aber nicht schlecht! Ey! Ey! Weisst du was? Doppeltes Tempo freigeschaltet! Das hatten die! Solo-Game White Assholes! White Assholes! Das bedeutet? Äh... Allein-Missionen machen mit Arschlöchern! Auf gut Deutsch! Okay! Was machen wir als nächstes? Geht ein Online-Spiel! Ganz klar! Ja! Ja, wie ich meine... Was kommt als nächstes? Hop, hop, hop! Vano ist da! Ach, ja! Ja, ja! Ist das jetzt ein Versteckspiel? Ein Blut und Gold! Ein Blut und Gold! Ein Blut und Gold! Okay! Ard am Berg! Ard am Berg! Das ist der Bruder von Eisenberg! So! Das ist der Bruder von Eisenberg! Das ist der Bruder von Softberg! Er verkaufen! Nehmen wir es! Der war scheiße! Eisberg? War der besser? Ja! Oder Eva Berg? Was für ein Berg? Eva Berg! Verstehst du? Er heißt Adam Berg! Sieh! Eva Berg! Doch! Moment! Was hast du da? Das war... Das war jetzt total... Total normal, ja! 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 Das war der beste Witz, den man jemals machen kann! Adam Berg hat eine Krone auf dem Kopf! Schon aufgefallen! Ja! Der Typ hat Style! Er hat voll Swag! Würde ich jetzt nicht um! Sag mal, bist du High? Nein! Oder bist du High? Ich bin High! Ich bin High! Oh! Okay! Ich dachte, ich wäre vorher keine schlau, aber... Wo ist Steve? Ich muss unbedingt zu Steve! Na nicht nur du! Ok! Oh nein 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 nein! Was für ein Penner! Dieser Drecks Vektor! Bei mir fallen jetzt gerade tausende von Jets runter! So! 2 hab ich! Oh nein, 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 nein. Hat jemand von euch einen Medikate? Nein. Ich habe es befürchtet. Stevi. 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 Stevi wunderbar. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen Punkte. Auf fisch mal jetzt. Ein hier. Und einzeugen. Nein. 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 Doch. Nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Das Meister habe ich schon geklaut. ganz einfach hingehen nehmen hingehen nehmen hingehen diese frauen feindliche typ was für ein tor genau dieser barbarischer tor nein vektor du fieses kleines stück schweinsmarmelade warum ist die schon wieder so weit weg sein weil er keinen job bitteschön medikamente aus verflucht und aufgefallen dass bei uns dass er selben aussagen machen verdammt scheisse nein oh mein gott das stimmt gar nicht verdammt da hei verzeihung diese lusche die hat keine ahnung das stimmt gar nicht die 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 das stimmt die Ah, danke schön. Wer auch immer mir gerade geholfen hat, ich danke dir. Ein Ding. Komm schon. Wo ist Steve? Der ist da unten. Bei ganz vielen Schätzen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wartung, Haie. Ja, zurückbringen. Sehr schön, ich bin der Finanzieher. Ich habe jetzt gerade 1.500 von 10.000 gegeben. Häuser. Nein, nein, nein. Okay, alle getötet. Boah, ich lebe noch. Geil, danke schön. Bitte schön. Irgendwie, jedes Mal die Haie hier waren, sind wieder neue Schätze da, kann das sein? Ja, weil sie die Schätze der Taucher rausschütteln. Schütteln, bis Geld rauskommt. Achtung, Nemesis. Oh. Ich habe sie gesehen. Habe. Weiße Hai. Die Fort. Ein Octopus. Was? Ein Octopus. Ein Octopus. Ein Octopus. Ein Octopus. Ein Octopus. Ein Octopus. Ach, Steve hat schon wieder ab. Das ist gut. Das ist gut. Nein. Bei Enu. Jetzt fress der Enu zumindest zuerst. Danke. Ja, ihr könnt mich nicht fressen. Bam. One Shot. Wunder hier. Ich bin einfach zu. Ich habe keine Munition mehr. Wolltest du lieber von Namor? Blieb es mir gar nicht? Ah. Don, 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 don. Neema. Namor. Ok, jetzt haben wir beide. Vector und Namor. Nächster. Ich verstecke mich jetzt im Käfig. Garvin, für dich gekillt. Ok. Ok. Sehr schön. Auf jeden Fall gleich. Verdammt. Er hat mich gefressen. Da werden... Nee. Ja. Mihabune. Algen. Ich bin gestorben, weil ich auf Steve gelandet bin. Oder Steve wurde zum Boot hochgezogen. Sehr schön. Nice. Wir sind bei 30 Minuten. Also, liebe Leute. Oh. Betäubungsgeschosse freigeschaltet. Nice. Sehr schön. Gut. Bei dieser Modifikation werden Betäubungsnutzungen abgefeuert, die bei jedem Treffen die Ausdauer der Heier reduziert. Ah, ok. Ok. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bye. Bye. Beste Tage. Und... Arrivederci.